Hallo, wir sind Anja und Carsten Mühleck vom Hotel Rose in Ellwangen-Schredzheim. Wir empfehlen euch bei uns hier ein leckeres Frühstück einzunehmen und danach am besten eine E-Bike mieten von unserem Miet-E-Bike-Fuhrpark und dann eine wunderschöne Tour zu machen durch die Region. Tourer-Vorschläge findet ihr bei uns auf der Homepage www.rose-ellwangen.de und wir freuen uns mächtig, bis wir wieder loslegen dürfen. Bis bald!